So, die zweite Mannschaft, die auch kurzfristig zugesagt haben, ein Dankeschön an Rheinland-Ambauern. Die dritte Mannschaft ist der Nachbar SV Dussan. So, die, denke ich mal, die weiteste Anreise hatte HSV Langenfeld. Und dann kommen wir noch zu der Heimannschaft KWC Duisburg. So, ich bedanke mich für euer Kommen an euren Mannschaften, Drehende Betreuer und ihr Eltern, die ihr heute zahlreicher erscheint seid. Ein Dankeschön und vielleicht auf Wiedersehen bis nächstes Jahr. Dankeschön.